Applaus 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 Karl Na Karl Lachen wir jetzt schon wieder aus Bitte um Verzweiflung Wie du ausschaust Ich hätte dich schon gleich unterbrochen Aber jetzt bleib bitte stehen Was ist los Ich wollte dich nur auf was erinnern Und zwar vergisst du ja nicht Auf was denn? Wie weißt du, hast du es vergessen? Was denn? Und zwar heute nach dieser Sendung ist ja dein alljährliches großes Fanclub-Treffen... Jösses, auf, das hab ich vergessen. Jösses, Marant, Jösses, wo ist denn das? Draußen vor der Halle. Moment, Moment. Du weißt, der Platz vor der Halle ist sehr, sehr groß. Der ist sehr groß, dieser Platz. Wo denn genau bei der Halle? Wie jedes Jahr in der Telefonzelle. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.